Das ist ein Vogel, weißt du? Ah, jetzt schmerzt sie! Ich habe jetzt die Beine. Komm wieder rein. Komm wieder rein. Ihr werdet es einfach? Ah, geil! Oh Gott! Oh Gott, da nachts ja! Oh Gott, da nachts ja! Ja, 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 ja. Yeah! Kann ich das mit dem machen? Ja! Du musst zuerst winken, damit du die Kontrolle rüberkommst. Am besten stehst du bei einer Seite. Schön. Jetzt hast du ihn. Mit dem kann ich das machen. Ja, so gibt es auch verschiedene Sachen. Yeah! Und jetzt kann ich das mit dem nehmen? Nein, bei dem habe ich nur die linke. Ja! Hände! Vielleicht muss man schräg zurück. Nein! Das ist so, ja. Das ist so, ja. Das ist so, ja. Du darfst den Schmanteling geholt. Schmanteling? Ja! Ja! Das ist so, ja. Ja! Ja, richtig. Das ist so, ja. Oh nein! Das ist so, ja. Du bist so, ja. Ja! Das ist so, ja. Das ist so, ja. Ja! Das ist so, ja. Hoi! Hey! Kannst du in die Füße oder rechts und links? Ja, rechts und links. Das Schmetterling ist eher tief unten. Aha! Und geht auf die Hand? Ja, geht auf die Hand. Tendlich mehr links. Ich muss mich umhauen. Noch ein wenig links. Und dann kommt er. Und dann fliegt er jetzt auch in die Füße. Er macht einen Schlagen, der sich dann nachfliegt. Und dann geht er direkt. Und wenn? Gell? Das ist herzig. Ja. Ich habe eine Szene. Jetzt kannst du etwas machen. Guck dir den. Komm nicht zu Hause. Schon geil. Ganz in der Mitte geht es nichts. Ja, aber meine Landschaft kommt dann. Ja, nur links oder rechts? Ja, jetzt. Je nach der Mutstausch. Das war dann noch vorher. Also es wäre cool, wenn man die Hand, also sprich die Hand wechseln könnte und nicht mit der einen Hand von rechts ganz von links zu zeigen müsste, sondern da war's und da war's. Ich will da was. Ich will da was anschauen und da war's. Aber nicht. Ich will da was. Und ich will da was. Hast du das mit drauf? Ja, genau. Ja. Ich will da was. Ja. Ja. Vielen Dank.